und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge minecraft immer noch beim holzfäller simulator 2015 oder wie wir es jetzt nennen können abenteuer auf dem bauernhof oder rudelbums auf dem bauernhof ich glaube das würde hierzu jetzt gerade ein bisschen mehr passen wann sind die fischer laut die stöhnen was zusammen ja gut die bums ja auch gerade hier gehen wir so noch ein bisschen durch die haben wir lauter die fischer das kann noch eine wahr sein alter sind hier noch ein paar mürn gewachsen ja und hier da da noch was erstmal schnell neu pflanzen bleibt genug für die schweine wunderbar so ihr schweine ihr könnt jetzt fergelein machen haben alle fergelein gemacht wunderbar ihr fresset eh keine möhren und rasko endermen wo ist der hin wo ist die sau verdammt der hat's weg teleportiert ich hab den zu spät gesehen hätte uns ruhig eine ender perle geben können okay hier ist noch ein baum gewachsen naja das hört hier irgendwie gar nicht auf die da hinten haben wir auch gepflanzt ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern dass ich da hinten war das kann ja dann nur der negro gewesen sein oder? diesen tannwald hier haben wir eine grube okay naja holzen wir noch hier ein bisschen den tannwald ab so leute das ist jetzt in den letzten drei bzw jetzt vier folgen nur holzkacke war aber dafür können wir dann wirklich im welt dann loslegen mit bauen und in minecraft kann man ja echt nie genug ressourcen haben so so na nur aber komm und bitte so ja oh Gott ist der letzte gewesen wunderbar jetzt holt's mir den ab ja jetzt kommen wir bis ganz hoch wollen wir uns auf den E-Troff stellen so jetzt den noch weg ja war wohl doch ganz gut dass wir uns vier äh extra gebaut haben extra gebaut haben extra gebaut haben so wo ist das? jaaaa der ist schon mal weg was ist das so komisches gebildet? das muss weg keine ahnung wer das war, aber das musste weg so wunderbar der tannwald ist weg komplett wenn wir dann mal durchgehen wegen den Sieds das gehen wir auch schon wieder vor naja wir waren ja da oben gewesen oder bzw da hinten da fällt sie doch ganz gut aus kann man doch bald mal dort ernten dem das developing ja das des einem en einem ポ ord übers lä wir hätten uns das schere basteln soll das wäre ein bisschen einfacher gewesen ich habe mich nicht ob die vorher schon wir die damals gepflanzt hatten die dürfen jetzt dies ist jetzt gleich wir haben jetzt gleich den kontakt hat zur erde die verschwinden jetzt wunderbar das welchen war club schon mal bin ich mir jetzt nicht ganz sicher da liegen zum hände nehmen wir mit verfüttern wir dann andere hunde sobald wir welche haben ah ok geht es zu unserem haus wenn mich alles durch der hat auf dem hinterkopf tnt alle habt ihr das gesehen wo geht es denn da rein ach so das war es schon gut weitermachen da waren wir noch nicht ok dort sollte man demnächst unbedingt mal reingehen die fackeln sollen uns daran erinnern dass da was ist verdammt wird schon wieder nacht gut hier wachsen komischweise keine bäume obwohl dort noch die 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 setzlinge drin sind schon wieder bogen gewachsen tatsache ja den werden wir wohl noch schnell schaffen oder was meint ihr ist auch ja und ihr schreibt in die kommentare so ich hatte recht ich hatte recht verdammt jetzt kommen wir nicht mehr rennen wir haben es doch ins haus geschafft und wir können sogar schlafen wunderbar so muss das sein so jetzt backkraften wir uns doch noch mal schnell brote immer weizen bleibt über das passt frisch gestärkt jetzt weiter wunderbar ach ja den boom hatten das müsste es jetzt hier wohl endgültig gewesen sein das sieht gut aus sieht gut aus sieht gut aus was machen die hühner unsere freiland hühner mit viel auslauf so wie die gargons sind die definitiv glücklichen und genug auslauf hier wächst hier wächst nisch das ist gut dann können wir ja dort hinten schon mal den weg frei machen in die höhle damit wir dort mal in die höhle gehen können in wälde also in wälde so schnell wie möglich ich will da rein ich will wissen was das ist vielleicht haben wir das glück und haben dort drinnen ins bohmer das wäre geil vorher möchte ich dann doch hier gerne das gelände frei haben wenn wir uns super überblick haben könnte eigentlich stehen bleiben und der stört mich gerade holz collection macht kaputt und wir werden wieder schön vom klavier begleitet ach schön obwohl das teilweise doch zum einschlafen klingt aber es ist ja schön beruhigend das ist ja so klavier geklemmt wenn das so so ist wie jetzt hier gerade das ist ja schön ist das immer noch unser Badekumpel oder oh shit Junge bleib fern oh alter da kommen wir da oben shit ich hab keine fackeln oh verdammt ich möchte da jetzt unbedingt rein aber oh Wo kommen denn die alle her? Da ist der Höhler hier. Ja, das ist doch ganz gut, dass wir jetzt die Bäume hier wegmachen. Wir müssen uns dort unten definitiv umgucken. Da bestehe ich drauf. Ringel, Ringel, Reihe. Suchst du mich? Und weg, Woro. Oh, schnell noch die restlichen Bäume abholen. Holzen. Okay, der letzte Axt. Ich hoffe, er mit der er schaffen muss. Oh, shit. Da haben wir noch ein Blumen. Der muss auch noch weg. Jetzt müssen wir noch die Blätter von den Wänden und Erde wegmachen, damit wir die Spur nun fönneln. Oh Gott, hier werden eine Schere angebracht. Erstmal hier raus. Wir sind gar nicht ausgerüstet für eine Höhle. Ach man, wir sind schon wieder am Folgenende. Aber es geht ja anders, Leute. Es tut mir leid. Das war's mit dieser Folge von Minecraft. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar oder Daumen oder Abo oder alles. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.